Hallo Freunde, hast du dir schon einmal Gedanken darüber gemacht, warum eigentlich in der Ukraine Krieg ist? Hast du dir schon einmal Gedanken darüber gemacht, warum alle dort Krieg führen? Wer davon profitiert und wer davon nicht profitiert und was die wahren Hintergründe sind? Hast du dir darüber schon einmal Gedanken gemacht? In diesem Video werde ich mal meine Gedanken dir vorstellen und freue mich darauf, dass du darauf antwortest, dass du mir Input gibst, dass du das kommentierst. Bitte sei konstruktiv, weil ich versuche auch konstruktiv zu sein. Ansonsten hilft es ja nichts, dann werde ich es ja nicht lesen, weil irgendwie O-A-I, das kann ich leider nicht verarbeiten. Ja, warum wird dort Krieg geführt? Wer profitiert davon? Denn die Wahrheit ist, wir, und wir sind in diesem Fall die Deutschen, profitieren mal auf keinen Fall davon. Also, wir sind das nicht. Wer könnte das also sein? Sind es die Russen, können die Russen davon profitieren? Die Antwort ist wohl eher nein. Können die Ukrainer davon profitieren, von diesem Krieg? Die Antwort ist schon wieder nein. Kann die EU davon profitieren? Auch da ist die Antwort wohl nein. Wer also profitiert davon? Die Antwort ist ganz einfach. Drei Buchstaben ist die Antwort. Gib mir ein U, gib mir ein S und gib mir ein A und da hast du es USA. Das sind die einzigen, die davon profitieren. Und es geht im Großen und Ganzen um den Kampf der Systeme. Es gibt im Westen, so wie schon früher im Römischen Reich, die morbide Idee, dass du mit Gewalt alles am Laufen halten kannst. Es gibt auf der anderen Seite auch die Idee, dass gesellschaftliche Werte sich verändern und dass wir die dringend verändern müssen für spätere Zeiten. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, obwohl ich ja digitales Member des WEF bin und mich da immer informiere, weil ich finde das gut, wenn ich über meine Gegner informiert bin, ich habe noch nicht genau begriffen, wo sie denn wirklich hinwollen. Sie wollen in die totale Kontrolle, das habe ich begriffen. Sie wollen verschiedene Dinge nicht, das habe ich auch begriffen. Sie wollen uns mit bestimmten Dingen auf diese Linie einschwören, ob das Klimawandel ist, ob das das lockere Gendern ist. Wir erinnern uns an die Tagesschau, die entbindende Person statt Mutter. Da muss ich mich fragen, wohin ich mir eigentlich fassen soll. An den Kopf oder lieber woanders hin, bevor es richtig wehtut. Ich sehe, dass die Amerikaner die Angst haben, aus meiner Sicht die Angst haben, ihre globale Vorherrschaft zu verlieren. Sie sehen sich bedroht von China, weil China dabei ist, in den Rang abzulaufen, nachdem ja alle China stark gemacht haben, durch die sogenannte Globalisierung, die im Grunde ja eine Amerikanisierung der Welt war. Im Augenblick sprechen viele Leute darüber, dass die Globalisierung sich wieder ein wenig zurückdreht. Ich glaube, es ist eher im Moment eine Chinesisierung am Start. China hat den Willen und wahrscheinlich auch die Macht, die Kräfteverhältnisse auf dieser Erde zu verändern. Sie sind angetreten, die Nummer eins zu werden. Sie sind nicht hier, um die zweite Geige zu spielen, um den Amerikanern mit billigen Arbeitskräften zuzuarbeiten, sondern sie wollen jetzt übernehmen von den Amerikanern. Sie wollen die Rolle spielen, die sie vor Hunderten von Jahren schon mal gespielt haben, die Nummer eins auf diesem Planeten. Wir wissen, dass die Chinesen eine sehr alte Kultur haben, dass sie damals sehr weiterentwickelt waren und sie würden gern jetzt wieder die Nummer eins übernehmen. Die Amerikaner sind natürlich dagegen und versuchen das mit aller Kraft, indem sie jetzt zum Beispiel nicht nur hier, sondern auch in anderen Teilen der Erde mit ihrer militärischen Übermacht. Wir müssen immer daran denken, dass die Amerikaner mehr für Militär ausgeben als fast wahrscheinlich es sogar war, als der Rest der Welt zusammen. Es ist auf jeden Fall so, dass die nächsten mehr als zehn Staaten die Folgen zusammen nicht so viel ausgeben wie die Amerikaner. Die Frage ist jetzt, warum tun sie das? Warum haben sie so viel Angst, in Anführungsstrichen, vor den Russen? Ich glaube, es geht gar nicht darum, dass sie Angst haben vor den Russen, aber um solche Ausgaben zu rechtfertigen, um diese Maschinerie immer weitergehen zu lassen. Da brauchst du natürlich ein Feindbild. Und es passt so überhaupt nicht ins Bild, dass die Russen gar nicht aggressiv sind. Es lässt sich viel einfacher irgendwie aus alter Zeit erklären, dass die Russen ja immer so aggressiv waren. Die Wahrheit ist aber, dass, wenn ich mich an die Weltkriege erinnere, die Russen in der Regel eher angegriffen worden sind, als dass sie selbst angegriffen haben. Sollte also doch jede Angst vor den Deutschen haben. Die Wahrheit ist, sie haben Angst vor den Deutschen. Die Amerikaner haben heute noch Respekt und Angst vor den Deutschen. Und genau deswegen wollen sie es nicht zulassen, dass hier in Europa nicht nur jetzt die Deutschen von Europa unterstützt werden oder Teil einer europäischen Großmacht werden. Das steht ja, solange wir die EU haben, mit viel Bürokratie, und mit unserer siebenfach entbundenen Person am Start, der Frau von der Leyen, ist das ja nicht wirklich zu erwarten. Also wollen wir auf jeden Fall, wenn wir Amerikaner sind, verhindern, dass jetzt die Deutschen mit ihrem Drang, mit ihrem ehemals vorhandenen Drang nach Meer, dass die sich mit den Russen, die das Meer haben, nämlich die entsprechenden Rohstoffe, verbünden. Die Idee, lustigerweise ja aus der SPD vor allen Dingen, geboren, die jetzt so tun, als hätten sie damit nichts zu tun. Die SPD hat das ja angefeuert, ja, unter zum Beispiel Herrn Schröder, unserem russenfreundlichen Gaskanzler Gerhard Schröder. Und wir hatten ja den Benefit davon. Deutschland hat massiv davon profitiert, von dieser billigen Energie. Nachdem wir die Ostzone, die sowjetisch besetzte Zone, die ehemalige DDR, nachdem wir die übernommen haben, mit Tricks, wie wir ja so oft und gerne tricksen, wie jetzt ja auch die Frau Merkel wieder gesagt hat. Wir haben also getrickst und wir haben den Russen, in dem Fall war es damals Gorbatschow, wir haben ihm gesagt, hey Mann, ist doch kein Problem, wir versprechen dir, dass wir uns nicht Richtung Russland bewegen, sondern wir bleiben der Westen und ihr bleibt der Osten. Es hat den Westen überhaupt nicht angefochten, die NATO erstens im Gegensatz zum Warschauer Pakt, der aufgelöst worden ist, beizubehalten, sondern die NATO gleich in eine Art Vorwärtsverteidigung zu schicken und immer weiter an die ehemaligen Sowjetstaaten heranzugehen, sie zu übernehmen und Russland vor die Aufgabe zu stellen, sich zu überlegen, kann das denn auch uns treffen irgendwann. Denn die Herangehensweise war ja immer gleich. Wir zeigen den entsprechenden Ländern, wie schön das sein kann, im Luxus zu leben, wie schön das sein kann, frei zu sein, demokratisch zu sein, überall sich bewegen zu können und so weiter und so fort. Und wir überzeugen sie, dass es im Westen ja so viel besser ist und wir vereinnahmen sie, weil schon andere Menschen, wie zum Beispiel George Soros, der überall die Fäden zieht, schon gesagt haben, dass in der Zukunft, da der Westen eher andere Werte hat, der Westen ja keine Kriege mehr führen möchte. Und daher müssen wir Osteuropäer gewinnen, um Kriege für uns zu führen. Beispiel jetzt in der Ukraine. Wir liefern die Waffen, die Ukrainer ziehen freundlichen Gesichtes in den Selbstmord und führen den Krieg gegen die Russen. Die Russen werden dadurch beschäftigt, werden geschwächt und das ist das Ziel der Amerikaner. Die Amerikaner wollen hier die Verbindung zwischen Russland und Europa ein für allemal trennen und würden gerne auch dort einen Regierungsumsturz haben. Sie würden gerne auch dort eine westliche Art Regierung einsetzen und würden gerne natürlich die Russen vereinnahmen, weil die Amerikaner haben schon begriffen, dass die Russen nicht der Gegner sind, sondern der Gegner für die Amerikaner sind natürlich die Chinesen. Es sieht also so aus, als ob die Amerikaner alles das hinbekommen, was sie gerne hätten. Sie beschäftigen die Chinesen mit Taiwan, sie kappen die Chinesen weg von den Chips, nicht die, die zum Fernsehen ist, sondern von den Halbleitern, die eben wichtig sind für Hochtechnologie. Und fangen an jetzt, wir hatten ja mal gedacht, das ist der böse Trump und jetzt hat der Biden den Handelskrieg mit China noch extrem verschärft. Das ist natürlich nicht der Biden, der weiß überhaupt nicht mehr, wie er heißt, sondern es sind die Bürokraten dahinter, die, die wirklich die Fäden ziehen. Der sogenannte Deep State, die, die ganz andere Interesse haben, der nennt es auch meinetwegen den militärischen Komplex in den USA oder eben auch die sehr hilfreichen Medien, die sozialen Medien und alles, was dazugehört. Es ist so, wie es ist. Wir haben also gegen alle Vereinbarungen verstoßen. Wir haben uns massiv ausgeweitet, wir stehen an der Grenze zu Russland und wir haben den Ukrainern gesagt, nachdem wir ihnen erstmal eine Revolution verschafft haben, nachdem wir ihnen erstmal geholfen haben, russische Menschen in der Ostukraine zu beschießen und dabei je nach Zählung 15.000 oder 17.000 dabei zu töten, haben wir es also geschafft, die Russen dazu zu provozieren, jetzt diesen Krieg zu beginnen und wir können ihn schön am Leben halten, indem wir unsere alten Waffen dorthin schicken und damit, ja, dieses Feuer schwelen lassen. Die Ukraine hatte vor, Mitglied der NATO zu werden. Ich weiß gar nicht, ob hatte hier der richtige Kasus ist, ob es nicht heißen muss, hat vor, Mitglied der NATO zu werden. Die Ukraine will auf jeden Fall Mitglied der EU werden und natürlich, auch der Habeck war ja dieser Tage in der Ukraine, auch der Habeck möchte gerne natürlich von dem Kuchen, dem Wiederaufbau der Ukraine etwas abhaben. Wir machen das natürlich nicht aus menschenfreundlicher Art und wir machen das, um Geld zu verdienen. Wir machen das nicht nur, um Geld zu verdienen, sondern wir machen das, damit die Ukraine jetzt für uns produziert. Sie produziert dann Getreide für uns und die Ukraine produziert natürlich auch billige Arbeitskräfte. Wir erinnern uns daran, dass die Industrie es sehr begrüßt hat, dass 2015 Fachkräfte, ich kenne viele Leute, die lachen immer darüber, wenn das Wort Fachkräfte fällt, also Fachkräfte aus den arabischen Staaten zu uns strömten, weil durch den damaligen, ja relativ kurzen Krieg in der Ukraine es dort zu Hunger kam, weil kein Getreide geliefert wurde und dann dieser arabische Frühling einsetzte. Die Leute sind aufgestanden gegenüber ihren Regierungen und haben angefangen, so kleine Revolutionen anzuzetteln. Die Amerikaner haben das befeuert mit ein bisschen Kriegen in Syrien und in Libyen und haben dazu beigetragen, dass möglichst viele Fachkräfte anfingen, nach Norden zu laufen. Es gibt ungefähr, man schätzt, 500 bis 800 Millionen junge Menschen, die gerne Richtung Norden laufen würden, zum Beispiel nach Deutschland, wo ihnen ja Schlaraffia versprochen wurde. Es ist bloß nicht so gekommen, weil irgendwie die Fachkräfte waren nicht so die richtigen Fachkräfte, die wir uns so erträumt hatten und der neue Plan sieht jetzt ja anscheinend vor, bessere Fachkräfte bei uns einzuschleusen, nämlich die Ukrainer. Die Ukrainer in Millionenanzahl fliehen, viele sind natürlich nach Polen gegangen, in das Nachbarland. Es existiert dort eine ähnliche Sprache, es existiert eine brutal ähnliche Kultur und es gibt sogar Ideen, die kommen aus dem polnischen Fernsehen, dass die Ukraine demnächst aufgeteilt wird. Die Polen melden sich schon an. Die Polen würden gerne die Westukraine für sich vereinnahmen. Es werden, wir sind ja alle Freunde, wir sind ja alle unter demselben Schirm groß geworden, es werden schon Teile auch verteilt an Ungarn und an Rumänien. Natürlich wird der Ostteil der Ukraine bei dieser Aufteilung an Russland fallen. Er ist sowieso nicht zu gebrauchen für den Westen, weil dort fast nur Russen wohnen. Wenn dort Abstimmungen gemacht werden, kommen in der Regel 90% pro russische Abstimmung zustande, währenddessen natürlich in den anderen Gegenden der Ukraine das Verhältnis genau umgekehrt aussieht. Das heißt also, dass es ein Land, was im Grunde nicht zusammengehört, sondern es ist ein Land, was aus zwei, mindestens zwei, wahrscheinlich mehr Teilen besteht und natürlich nie so, wie es jetzt dasteht, überhaupt Bestand hatte, sondern damals einfach durch ein paar Striche der Sowjetunion gebildet wurde. Nach dem Motto, hier ein Strich, da ein Strich, guten Tag, das ist die Ukraine und die Krim, die für die Russen lebensnotwendig ist, wurde der Ukraine nur deswegen zugeschlagen, weil sie ja sowieso örtlich dort ist. Es war aber nie überhaupt angedacht gewesen von Khrushchev, der das damals gemacht hat, dass es jemals zu einer Trennung dieser Gebiete kommen könnte. Das ist dann im Nachgang natürlich auch unter kräftiger Mithilfe der westlichen Geheimdienste und entsprechender Propaganda ist es dazu gekommen, dass die ehemalige Sowjetunion so zersplittert verfiel. Wir haben das auch in anderen Ländern gesehen, das kann natürlich überall passieren und auch in Deutschland könnte es ja theoretisch passieren, dass irgendwann mal die Bayern sagen, jetzt reicht es uns aber, wir haben jetzt keine Lust mehr auf diese Nordlichter, die es sowieso nicht geregelt kriegen, die irgendwie andere Ideen haben, wenn es um Schule geht oder sonst irgendwie. Und jetzt haben wir keine Lust mehr. Und wir haben es in Jugoslawien gesehen und wir sehen es auch in anderen Regionen Europas. Spanien zum Beispiel mit Katalonien und dem Baskenland ist ja ähnlich. Das sind ja auch keine homogenen Länder. Die sind ja auch nur mehr oder weniger zufällig irgendwann mal zusammengekommen. Es ist sehr zersplittert hier in Europa, wie wir wissen, wenn wir ein bisschen im Geschichtsunterricht aufgepasst haben. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Die Amerikaner haben erreicht durch diesen Krieg A, dass Russland geschwächt wird. Sie haben erreicht B, dass Deutschland und Russland wohl viele, viele Jahrzehnte nicht zusammenarbeiten können, weil das Vertrauen ist wohl jetzt hinlänglich zerstört. Und sie haben erreicht, dass es sehr schwierig, wenn nicht so unmöglich wird, für die Deutschen wieder den Gashahn aufzudrehen, weil ja Nord Stream zerstört wurde. Und ich persönlich glaube, dass der Seymour Hersh recht hat und dass es natürlich die Amerikaner waren. Es war keine Yacht mit ein paar Einzelpersonen, die zwar pro-ukrainisch waren, aber nicht von der Regierung unterstützt wurden. Und es waren auch keine drei russischen Schiffe, weil man kann den Russen ja alles vorwerfen, nur nicht, dass sie sich selbst ihre Druckmittel wegnehmen. Also Dummheit ihnen vorzuwerfen, das ist ein großer Witz. Es geht jetzt weiter, logischerweise, weil was wir hier tun, hat ja auch Vorgeschichten. Was die Amerikaner hier tun, ist ja nicht das erste Mal am Start. Die Frage nämlich, die sich stellt, ist, warum sind sie denn so erpicht darauf gewesen, jetzt diesen Krieg zu beginnen? Da könnte man einmal darüber nachdenken, warum eigentlich startet der Irak-Krieg. Wenn jetzt irgendjemand von euch denkt, Massenvernichtungswaffen. Ja, ja, das haben sie gesagt, haben nie welche gefunden. Und ich kann gar nicht glauben, dass die Amerikaner das nicht gewusst haben wollen. Das ist Quatsch. Die Wahrheit ist, dass der Irak damals Öl nur noch gegen Euro verkaufen wollte. Warum ist Libyen in den Krieg verwickelt worden? Libyen wollte Öl nicht mehr gegen Dollar verkaufen, sondern wollte eine goldgedeckte Währung einführen. Und wollte auch gegen Euro verkaufen. Genau dasselbe haben wir gesehen bei anderen, ob es Venezuela war oder jetzt auch die Russen. Denn auch die Russen haben überlegt, ob es Alternativen gibt. Die Russen machen allerdings jetzt weiter, weil sie sind dabei mit den Chinesen zusammen und mit anderen. Und dann, insbesondere in ihrem BRICS-Universum, du weißt, BRICS ist Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. In ihrem BRICS-Universum möchten sie den Dollar vielleicht sogar abschaffen. Warum? Wir sehen immer wieder dieselbe Spielart. Wenn du irgendetwas machst, kommen die Amerikaner mit wirtschaftlichen Sanktionen. Wirtschaftliche Sanktionen vor allen Dingen ja auch mit Sperren von Geldern. Das haben sie beim Iran gemacht, haben sie beim Irak gemacht, haben sie jetzt bei den Russen gemacht. Machen sie immer wieder. Sie sperren einfach die Gelder. Warum? Weil wenn du Dollar-Guthaben hast, und die hast du, wenn du oder brauchst du, um irgendwelche Rohstoffe und ähnliches zu kaufen, das hatten sie damals mit dem Petrodollar so eingeführt, dass sie mit den Saudis vereinbart haben, dass die Erdölprodukte nur in Dollar verkauft werden. Dadurch haben sie den Dollar recycelt. Sie haben also rund um die Welt es geschafft, Dollar, die es eigentlich zu viele gibt, in die Welt zu exportieren. Wir haben es ja jetzt gesehen, die Geldmenge ist unwahrscheinlich gestiegen in der Corona-Zeit, aber die Inflation ist relativ wenig gestiegen, weil die meisten Dollars gar nicht in Amerika umgehen, sondern irgendwo von Zentralbanken gehalten werden. Es ist also so, dass viele, viele Dollar draußen herum vagabundieren. Und die Frage ist, wenn diese jetzt diese Dollars verkaufen würden, wer würde die denn kaufen? Gibt es in Amerika Leute, die diese Dollar haben wollen? Die Antwort ist eher nein. Es gibt also zu viele Dollars und zu wenig echte Wirtschaftskraft dagegen. Das ist natürlich vielen Leuten ein Dorn im Auge, weil der Dollar im Grunde zu viel Macht hat und die Amerikaner nur durch den Dollar, durch den Gebrauch des Dollars und ihr Militär so viel Einfluss haben. Gegen das Militär kann nun kaum einer etwas machen, weil diesen wirtschaftlichen Wettlauf hat bisher jeder verloren. Wir können uns an das Rüstungswettrennen, damals Amerika, Russland, können wir uns ja erinnern. Jetzt ist es so, dass im Osten, also heißt China, Russland, die würden gerne jetzt eine eigene Währung an den Start bringen und sind sogar beim Überlegen, Brasilien und Argentinien sind ja auch dabei zu überlegen, eine gemeinsame Währung zu schaffen. Die sind dabei, eine gemeinsame Währung zu schaffen. Heißt also, der Rubel und der Yuan gehen zusammen und sie wollen noch andere mit dabei haben. Das wäre auch eine super Möglichkeit, solche Dinge eben auszuschließen, dass eben Geld einfach so geblockt werden kann, weil das Geld dann logischerweise nicht mehr auf amerikanischen Banken liegen würde, sondern jetzt würden es eben bei ihren Banken liegen, auf russischen Banken oder chinesischen Banken. Dazu brauchen sie natürlich ein Zahlungssystem. Das Zahlungssystem weltweit ist SWIFT gewesen. Es gibt aber inzwischen eine Alternative zu SWIFT, die in diesen, nennen wir es mal, östlichen Ländern am Start ist. Das ist auch der Grund, warum jetzt die Chinesen nicht nur in Afrika, so wie die Russen übrigens auch, Werbung machen und sehr viel Einfluss gewinnen, sondern sie gehen auch hin und holen sich ihre Nachbarn ran. Vor allen Dingen natürlich, welche, die mit Commodities, also mit Waren, ganz weit vorne sind. Zum Beispiel die Saudis. Die Saudis waren bisher Partner der Amerikaner. Herr Biden hat das ein bisschen, ein bisschen zerstört, indem er es einen Pariah-State genannt hat, nachdem der Khashoggi ermordet worden ist und er das dem MBS in die Schuhe geschoben hat und der das nicht besonders positiv aufgenommen hat. Egal, ob es war oder nicht. Er mag es nicht, wie er da angesprochen wurde. Er mochte es auch nicht, von Biden mit dem FIS-Bump begrüßt zu werden. Das ist in den arabischen Ländern nicht die richtige Art und Weise. Daher sucht er sich jetzt neue Freunde. Sein neuer Freund ist China. Saudi Aramco, die größte Ölgesellschaft der Welt, möchte jetzt mit China eine Kooperation machen. Sie haben Lieferverträge gemacht mit China über eine relativ große Menge Öl und haben sich auch mit 10 Milliarden an einem Raffinerie-Projekt in China beteiligt. Das heißt, dort wächst eine neue Freundschaft heran. Dort wird Amerika ersetzt durch China. Es hat natürlich auch den anderen Hintergrund, dass die Amerikaner, die früher verlässliche Kunden waren, keine Kunden mehr sein wollen. Sie wollen nämlich das Öl ja oder die Rolle des Öls abschaffen und haben auf der einen Seite erstmal die Saudis geärgert mit ihrem Fracking, dass sie also erstmal größter Ölproduzent mal ganz schnell geworden sind, der Amerikaner. Und dann haben jetzt unter Biden sie gesagt, sie wollen eigentlich gar kein Öl mehr. Das heißt, sie haben alle Projekte eingestellt und verabschieden sich davon und fallen also auch als Kunde für Saudi-Arabien aus und wollen jetzt auch ganz weg vom Öl und nur noch Wind, Sonne und Liebe. Das wollen sie als Energie benutzen. Die Chinesen allerdings haben sich verpflichtet, für die nächsten 30 Jahre ein verlässlicher Partner zu sein, was diese fossilen Brennstoffe angeht und freuen sich darüber. Jetzt hat also die Chinesen sind hingegangen und haben jetzt etwas fast Unglaubliches hinbekommen. Sie haben den Iran und die Saudis, zwei Erzfeinde, an den Tisch gebracht und die haben, weil sie den gemeinsamen Feind, in Anführungszeichen Feind, Amerika sehen, haben sie sich jetzt zusammengerauft und haben Frieden geschlossen. Sie wollen jetzt sowohl in die BRICS eintreten, als auch zusammenarbeiten in der sogenannten Shanghai Cooperation. Das ist ein Verbund von vielen natürlich Shanghai, klar China, China-freundlichen Ländern, die auch sich gegenseitig Sicherheit versprechen, also sie kämpfen miteinander gegen gemeinsame Feinde. Da sind also jetzt die Saudis am Start, im Moment noch nicht als 100%-Member und werden dort, wir erinnern uns, die Chinesen würden gern auch die Seidenstraße vollständig wieder aufmachen, so wie das in alter, alter Vergangenheit mal war. Und dazu brauchen sie natürlich auch den Iran, wer ein bisschen auf der Landkarte mal nachgeschaut hat, wer im Geografieunterricht nicht vollkommen verschlafen hat, der weiß, dass da, um die zu vervollständigen, um eben die Wege dort wieder alle vollständig aufzumachen, ist der Iran ein wichtiger Baustein. Denn seit es der Iran ist, ist eben der Iran kein verlässlicher Partner mehr aufgrund der politischen, schrägstrich religiösen Umstände dort. Wir haben also im Augenblick einen Kampf der Systeme. Die einen stehen auf der westlichen Seite, stehen auch für Abschaffung der alten Werte, Zerstörung von allem, was irgendwann mal historisch bedeutend war. Und auf der anderen Seite sind die Wahrer dieser alten Werte, ob die gut sind oder schlecht sind, das lassen wir mal dahingestellt. Wir haben die Chinesen, wir haben die Russen, wir haben den Iran, wir haben Saudi-Arabien, wir haben Brasilien, vielleicht auch bald Argentinien. Wir haben, wenn wir weitergucken, vielleicht auch demnächst noch Indonesien als brutal wachsendes Land am Start. Wir haben auch Nigeria am Start. Wir haben einige andere afrikanische Länder mit am Start. Es formen sich also jetzt das erste Mal seit langem wieder zwei Blöcke. Es war ja die ganze Zeit nur ein Block, der amerikanische Block mit seinen Helfershelfern. Und dieser hat ja ganz klare Vorgaben. Ja, wir lernen es ja immer wieder. Mütter sind entbindende Personen. Jeder kann sein Geschlecht wählen, wann er kann. Wir wollen weg von unseren alten Energiequellen. Wir wollen die Welt retten durch irgendwelche Klimamaßnahmen, die ein bisschen vage sind, wenn man noch freundlich das bezeichnen will. Und die anderen sehen das dann ein bisschen anders. Die anderen wollen nicht, dass der Status Quo bleibt, so dass also nicht der Westen immer die anderen gängelt, sondern sie wollen aus dieser Rolle heraus und sie wollen dieselben Mittel nutzen, die er der Westen genutzt hat, um überlegen zu werden. Das heißt, sie wollen Öl nutzen, sie wollen Gas nutzen, sie wollen wachsen, sie wollen die Kohlekraftwerke weiter ausbauen. China baut unfassbar viele Kohlekraftwerke immer noch, währenddessen wir in Deutschland ja damit aufhören wollen. Wir wollen Kohle stoppen, Öl stoppen, Gas stoppen. Wie gesagt, nur noch Wind, Sonne und ein bisschen Liebe. 21 Grad, das reicht zum Heizen. Und ansonsten sind wir wahrscheinlich irgendwann mal überrascht, dass der Klimawandel doch nicht kommt oder anders kommt, als wir das gedacht haben. Denn ich persönlich kann mich noch gut erinnern, dass es hieß, die nächste Eiszeit kommt und jetzt soll plötzlich alles hier ein Glutofen werden. Wenn ich in Deutschland bin, muss ich ganz ehrlich sagen, Deutschland würden ein paar Grad mehr ganz gut stehen. Ja, das ist also im Moment der Kampf und zu diesem Kampf gehört natürlich auch in jedem Land das politische System. Heißt also in Amerika, Trump, ja oder nein? Und wir werden es jetzt die nächsten Tage sehen. Es geht darum, wird er festgenommen, ja oder nein? Nein. Und ich vermute, dass der einzige Grund dieser Anklage, dieser historisch ersten Anklage gegen einen US-Präsidenten, es steht nur ein Ziel dahinter. Er darf nicht nochmal antreten, weil mit dem Wissensvorsprung, den er inzwischen hat, würde er wahrscheinlich starke Veränderungen auslösen in seiner zweiten Amtszeit. Und sie wollen ihn auf jeden Fall verhindern und deswegen wird er jetzt angeklagt. Er wird wahrscheinlich, weil er ja seine Klappe nicht halten kann, ich persönlich finde das wiederum sehr sympathisch, wird er Fehler machen. Er wird also anfangen, die Leute zu beleidigen und vielleicht sogar auch zu Protesten aufrufen, was dann aus meiner Ansicht dazu führt, dass sie ihm Missachtung des Gerichts vorwerfen. Und das ist etwas, wo sie ihn dann mit einem, ja quasi mit einem Knebel versehen können und sie können ihn auch wegsperren. Es gibt dort ein Beispiel, dass in Amerika wegen Missachtung des Gerichts jemand länger eingesessen hat, als die Strafe, wegen der er überhaupt angeklagt worden ist. Also er ist angeklagt worden, es geht darum, den Herrn Armstrong, einigen Leuten sicherlich bekannt, der ist wegen einer Strafe angeklagt worden, da ging es um 18 Monate Haft, dann wurde er wegen Missachtung des Gerichts sieben Jahre weggesperrt, dann ging es irgendwann Richtung obersten Gerichtshof und dann haben sie ihn schnell freigelassen, weil sie gesagt haben, wir können es eh nicht gewinnen. Ja, wollten auch keinen Präzedenzfall und so weiter und so fort. Und wir hätten also jetzt quasi die Möglichkeit, das sind so meine Gedanken, dass sie den Trump wegsperren, zumindest um zu verhindern, dass er nochmal antritt. Er liegt ja im Augenblick vorne bei den Republikanern, liegt jetzt aufgrund der Ereignisse noch weiter vorne und das können sie dadurch verhindern, dass sie darauf vertrauen, dass die ganzen, die sie in Amerika Rhinos nennen, die Republicans in Name Only, die Typen, die man kaum von den Demokraten unterscheiden kann, dass diese eben ihn dann nicht wählen, wenn er im Gefängnis sitzt oder eben verwickelt ist und solche Sachen und ihn dann eben nicht aufstellen, obwohl er von der breiten Wählermasse wahrscheinlich der mit Abstand quotenstärkste Republikaner wird. Und dann haben sie freie Bahn, können weiterhin alles machen, was sie wollen, denn weder Biden merkt noch was los ist und die Kamala Harris, ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal von ihr irgendwie zwei zusammenhängende, sinnvolle Sätze gehört haben. Ich vermute, das war vor ihrer Wahl zur Vizepräsidentin, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass es vollkommen ohne zusammenhängenden Satz ging, aber vielleicht gehört sie ja auch dann einfach in die Reihe der Bär- und Bierböcke, die so auf diesem Planeten Politik betreiben. Das ist so meine Idee. Wir haben also diese Problematik, dass wir hier diejenigen sind, die die Amerikaner quasi positiv unterhalten dürfen und wir machen da freundlich erregt mit, weil wir uns da von Vorteile versprechen, statt uns darauf zu fokussieren, wo es wirklich hingeht auf dieser Welt. Es geht wirklich vom Dollar weg, aus meiner Meinung, und es geht zu einem zweiten Gegenpol hin und rein geografisch gesehen und auch von, inzwischen bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob es die Werte noch in Deutschland gibt, aber so, was ich noch gelernt habe in der Schule, ist uns der Osten eigentlich näher als der Westen. Aber das könnt ihr gerne in den Kommentaren kommentieren. Jetzt ist die Frage, was machst du, was machst du, wenn du jetzt vor dieser neuen Situation stehst? Was machst du damit? Du hast auf der einen Seite, hast du die Unsicherheit, was passiert mit dem Dollar, bleiben die Amerikaner stark, werden sich Chinesen übernehmen, muss ich mich anders ausrichten, wird mein Job vielleicht wegfallen wegen der neuen vierten industriellen Revolution, wird er wegfallen wegen Robotics, wird er wegfallen wegen künstlicher Intelligenz? Was machst du? Und was ich gemacht habe, ist eben, ich habe mich irgendwann vor langem schon dafür entschieden, möglichst frei zu sein von diesen ganzen Wirren, selbst Dinge entscheiden zu können und eben mich auf mein Trading zu fokussieren. Wenn dich das interessiert, wie du Unabhängigkeit erlangen kannst, wie du Freiheit erlangen kannst, wie du mehr Geld verdienen kannst, unabhängig von irgendwelchen Einschränkungen, wie du auch, egal wo du eben gerade bist, dein Geld verdienen kannst, weil du nur eine Internetleitung brauchst dafür, dann klicke unter diesem Video auf den Link und informiere dich. Schau dir das an, verfolge mich, besser nicht verfolgen, sondern folge mir nur auf sozialen Medien. Schau dir das an, besuch unsere Workshops, guck unser neues Training an, was wir haben. Du findest das hier unter dem Video verlinkt. Und ich freue mich darauf, dich vielleicht auch mal kennenzulernen in einer unserer Ausbildungen. Ja, eine wunderschöne Woche und bis bald, der Olli. Tschüss. Bussi. 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 Vielen Dank.